Hallo meine Lieben, heute habe ich ein freundliches Frühlingsdesign für euch und zwar ein paar Blümchen. Alles was ihr dazu braucht sind zwei Farben eurer Wahl. Ich habe mich jetzt für ein freundliches Pink und ein Hellblau entschieden. Dann braucht ihr noch Gelb und Weiß sowie ein kleines Dottingtool. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt meine Fingernägel immer abwechselnd mit dem Pink und dem Hellblau lackiert. Jetzt nehme ich das Dottingtool und zwar das ganz schmale Ende und Gelb und setze einen Punkt für die Mitte der Blume. Dann nehme ich das etwas dickere Ende des Dottingtools und Weiß und setze die Blüten um den gelben Punkt herum. So sieht das fertige Frühlingsdesign dann aus. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Like und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.